Am Markt geht es gerade richtig ab, deswegen verlieren wir keine Zeit und Start mal direkt rein, um die Situation besser einschätzen zu können. Selbstverständlich beginnen wir erstmal mit dem Marktupdate, um hier einige Daten zu eruieren. Wir sehen es hier gerade schon, die globale Kryptomarktkapitalisierung ist auf einen Wert von 2,14 Billionen US-Dollar gefallen, ein Minus von 8,45%. Bitcoin-seitig stehen wir zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 57.500 US-Dollar mit einem Minus in den letzten 24 Stunden von knapp 9%. Wir haben extrem viele Altcoins, die natürlich deutlich schlechter performen und genau deswegen sollten wir uns einmal mit den Gründen beschäftigen, was ist hier eigentlich passiert. Und vor allem gucken wir uns im Nachgang noch an, was in Zukunft auf uns zukommen wird. Deswegen beginnen wir einmal mit meinem Beitrag, den ich heute Morgen auf EX veröffentlicht habe. Dort kannst du mir gerne auch ein Abo dalassen oder ein Follow, um also diese Beiträge auch frühmorgens direkt erlesen zu können. Du siehst es hier gerade schon, den Beitrag habe ich noch ungefähr bei 59.600 US-Dollar geschrieben. Seitdem ist einiges passiert und viele suchen natürlich auch dieses Mal wieder nach dem einen Auslöser. Den gibt es aber meiner Meinung nach eben nicht. Selbstverständlich bedingen sich jetzt mittlerweile einige Faktoren und darauf werde ich gleich noch mit eingehen. Aber es gibt eben nicht diesen einen Auslöser, den man sich so gerne wünschen möchte. Das ist ein extrem komplexer Markt, der eben durch verschiedene Einflussfaktoren immer wieder in Bewegung gerät, sowohl positiv als auch negativ. Und deswegen sollte man jetzt nicht allzu sehr die Zeit damit verschwenden, einen bestimmten Grund eben zu suchen. Wichtig ist wohl an der Stelle einfach auch mit aufzunehmen, dass die Finanzmärkte allgemein auch nicht allzu rund laufen. Wir haben viele Quartalszahlen von allen möglichen großen Unternehmen, die gerade deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben, wo es eben auch ziemlich starke Kursverluste immer mal wieder gibt. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir heute noch ein FOMC-Meeting sehen werden. Dort geht es dann um die Leitzinspolitik und eben um die Ausrichtung, wie man das in Zukunft dann umsetzen möchte. Auch das kann natürlich nochmal für richtig viel Bewegung eben sorgen. Die Unsicherheit ist heute schon groß, alleine deswegen, weil das BIP in den USA deutlich hinter den Erwartungen zurück lag. Deswegen wird es umso spannender sein, hier die Entscheidung der FED eben mitzubekommen, wie die geldpolitische Ausrichtung dann aussehen wird. Im Laufe der Woche wird es dann einige Arbeitsmarktdaten noch geben, die ebenfalls Auswirkungen haben können. Das müssen wir also durchaus noch beobachten. Doch es ist eben auch schon spürbar gewesen, dass immer mehr Investoren angefangen haben, ihre BTC-Bestände kontinuierlich abzustoßen. Über eine Million BTC wurde von den LTHs, also von den Long-Term-Holdern, kontinuierlich abgestoßen. Ein Drittel davon kommt alleine aus dem Grayscale Bitcoin Trust und der Rest wurde dann oder wurde quasi durch Gewinnmitnahmen und Verlusten dann kontinuierlich aus dem Markt gepumpt. Und wenn wir uns mal einen wichtigen Indikator angucken, dann sehen wir hier gerade zum Beispiel den 100-Tage-Simple-Moving-Average. Das ist wohl ein Indikator, der immer mal wieder gehalten hat, aber es gab eben auch genug Situationen, in denen wir leider Gottes hier durchbrochen sind. Und das ist in dem Fall auch passiert. Bisher betrug die Korrektur ja ungefähr 20 Prozent. Mittlerweile ist sie doch noch mal ein bisschen weiter ausgeufert. Und das passt irgendwie auch zu den Situationen, die wir aus der Vergangenheit so erlebt haben. Und wenn die Bullen hier weitermachen wollen, dann müssten sie das eigentlich halten. Das haben sie bis jetzt nicht hinbekommen. Und deswegen liegt die nächste Unterstützung bei ungefähr 55.000 bis 56.000 US-Dollar. Da müssen wir jetzt also mal gucken, wie es in den nächsten Stunden so weitergeht. An der Stelle wäre es übrigens total wunderbar, wenn du dir eine Sekunde Zeit nimmst und direkt mal den Kanal hier abonnierst. Du bekommst hier täglich neue Bitcoin-Informationen, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und das bedeutet für dich natürlich auch weniger Recherche. Damit haben wir also eine wunderbare Win-Win-Situation. Ich danke dir herzlich für deinen Support. Eine Sache, die wir dabei nicht vergessen dürfen, ist eben auch die aktuelle Nachfrage, die kontinuierlich zurückgegangen ist. Im ersten Quartal gab es ja diesen wunderbaren parabolischen Anstieg. Wir haben das neue All-Time-High aufgestellt bei über 73.000 US-Dollar. Doch das monatliche Wachstum der langfristigen Holder ist eben kontinuierlich zurückgegangen. Vor allem im letzten Monat hat sich das halbiert. Wir lagen hier zum Beispiel im März noch bei ungefähr 200.000 BTC, die akkumuliert worden sind. Mittlerweile sind wir auf einen Wert von ungefähr 96.000 runtergefallen. Auch das ist natürlich alles andere als ein positives Zeichen. Obwohl wir natürlich bei den aktuellen Preisen auch mit weiteren Akkumulationen rechnen dürfen. Doch gucken wir uns mal an, was der Markt allgemein gerade tut. Wenn wir uns die Liquidierungsdaten angucken, dann sehen wir hier gerade schon, dass wir mittlerweile in den letzten 24 Stunden Liquidierungen in Höhe von knapp 500 Millionen US-Dollar gesehen haben. Auch das ist natürlich ein Katalysator. Das darf man dabei natürlich nicht vergessen. Denn in dem Moment, wo Positionen liquidiert werden und wir bestimmte Bereiche eben unterschreiten, wird natürlich auch dieser Spaß deutlich multipliziert. Man kann sich das also wie eine Schneekugel vorstellen, die den Berg runtergerollt wird und die dann immer größer wird. Und was natürlich noch dazu kommt, ist eben auch, dass wir das Preislevel der STHs, der Short-Term-Holder, mittlerweile auch unterschritten haben. Der Wert lag hier bei ungefähr 59.500 US-Dollar. Das bedeutet eben auch, dass die meisten STHs mittlerweile wohl wieder ein leicht rotes Portfolio haben dürften. Und das sorgt natürlich auch nochmal für extrem viel Unsicherheit für FAT und kann eben auch dazu führen, dass wir weitere Liquidierungen sehen, beziehungsweise in dem Fall weitere Abverkäufe, die eben emotional getätigt werden. Ob das aber der richtige Weg ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Und trotzdem stellen wir uns natürlich jetzt direkt mal die Frage, naja, wie geht es jetzt in der nächsten Zeit eigentlich weiter? Deswegen gucken wir uns einige wichtige Daten an, die hier eine Perspektive aufzeigen. Erst einmal die Daten von Rack Capital, die wir in den letzten Tagen auch immer mal wieder besprochen haben. In dem Fall vergleicht er hier bestimmte Zyklen aus der Vergangenheit, zum Beispiel das Harbingen 2016, 2020 mit der aktuellen Phase. Und alleine 2016 gab es einen Kursrückgang von knapp 11%, der sich ungefähr 21 Tage nach dem Harbingen ereignete. Und würde das eben tatsächlich so nochmal stattfinden, müssten wir bis auf einen Preis von ungefähr 52.000 US-Dollar absinken. Außerdem dürfen wir dabei natürlich nicht vergessen, dass vor allem die 60.000 US-Dollar Marke in den letzten zwei Monaten als starke Unterstützungszone gedient hat. Die wurde aber mittlerweile kontinuierlich geschwächt und hat letztendlich auch dazu geführt, weil wir eben auch durch den Spot CVD Wert einen Abwärtstrend seit Mitte März gesehen haben, dass diese Unterstützung eben durchbrochen worden ist und diese Bestandinitial seit Februar ungefähr. Mittlerweile bestätigt sich wohl die bärische Stärke kontinuierlich. Wir dürfen außerdem nicht ignorieren, dass der Adjusted SOPR, also der ASOPR, vor einem Monat noch angestiegen ist. Mittlerweile liegen wir bei einem Wert von 1,029. Wir sind also deutlich gefallen, was ebenfalls darauf hindeutet, dass eine Marktberuhigung durchaus stattfinden könnte, nachdem zu optimistische Bullen am Markt gezwungen waren, ihre Positionen kontinuierlich abzubauen. Und wir sehen eben auch, dass wir immer weniger Leverage-Positionen am Markt haben. Wir hatten extrem viele überhebelte Positionen, die offen waren. Die sind mittlerweile so gut wie ausgemerzt, wobei es trotzdem natürlich nicht darauf hindeutet, dass wir in dem Fall automatisch eine positive Preisreaktion sehen werden. Wie gesagt, wir haben so die Spanne bis 56.000, 55.000 US-Dollar, die erstmal erreicht werden. Dort haben wir dann die nächsten Unterstützungszonen und dann gucken wir einfach mal, wie es hier in den nächsten Stunden dann weitergeht. Doch es gibt natürlich auch von meiner Seite wieder eine entsprechende Perspektive für die Zukunft. Du weißt, dass ich ein sehr, sehr positiver Bitcoin-Investor bin und mich immer mal wieder mit dem beschäftige, was auf uns zukommt. Viele gucken jetzt auf den Preis, sehen, dass der Markt crasht und haben Sorge, was in Zukunft passiert. Natürlich hat niemand eine Glaskugel, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber auch das habe ich in meinem Beitrag einmal mit aufgeschlüsselt. Es scheint nämlich so zu sein, als würden wir hier ähnliche Situationen wie in den letzten Zyklen wahrnehmen. Unter anderem eben, dass wir durchaus sechs Monate lang in einer Konsolidierungsphase uns befinden könnten. Die Daten bestätigen sich, wenn wir uns die letzten Zyklen ansehen, was dann anschließend implizieren könnte, dass wir eine 12- bis 18-monatige Bullrun-Situation vor uns haben, bis wir dann eben das Top erreichen, je nachdem eben, wie stark dieser Zyklus dann ausfällt. Das sind Daten, die eben ganz klar aufzeigen, dass es sich durchaus um eine Wiederholung des Zyklus hier handeln kann. Und das stimmt mich natürlich auch ziemlich optimistisch. Gestern haben wir dann außerdem Akkumulationen in Höhe von 447 BTC gesehen. Heute kann das natürlich deutlich anders aussehen. Das werden wir aber erst morgen genau wissen. Und auch Ali Charts hat hier wieder mit aufgeschlüsselt, dass wir sehr wahrscheinlich das Top dann in ungefähr 538 Tagen sehen werden. Eine ziemlich genaue Angabe. Sowas halte ich immer ein bisschen für kritisch. Natürlich kann man sich jetzt diese Zahl aufschreiben. Aber es zeigt, glaube ich, auch hier wieder im Vergleich zu den Zyklen, die da vorgelaufen sind, welches Potenzial wir dann vor uns haben werden. In dem Fall gehören einfach solche Marktbedingungen dazu. Der Markt muss sich bereinigen. Wir haben dann viele emotionale Investoren, die agieren, die ihre Positionen abverkaufen, die irrational handeln, weil sie nicht verstehen, was Bitcoin eigentlich ist und was wir in Zukunft noch erreichen können. Und umso interessanter wird es dann natürlich sein, die langfristige Perspektive zu haben. Man kann es dann eben durch zwei verschiedene Brillen eben betrachten. Entweder sage ich eben, okay, es ist jetzt vorbei. Ich bin absolut gegen das Ganze, was ich hier eben begonnen habe. Meine Investition macht keinen Sinn mehr. Dann sollte ich aus dem Markt eben austreten. Aber es gibt eben auch die Perspektive zu sagen, naja, ich habe doch meine Bestände aufgebaut. Ich kriege hier gerade richtig gute Rabattierungen. Also akkumuliere ich lieber per DCA weiter. Es wird schon deutlich besser. Egal, wie man sich entscheidet. Man sollte das mit eben einem ruhigen und gelassenen Kopf eben tun. Sich nicht emotional leiten lassen und dann hoffentlich die richtige Entscheidung für sich treffen. Ich persönlich stelle mir in solchen Situationen immer wieder die Frage, warum habe ich eigentlich initial in Bitcoin investiert? Und da ich genau weiß, warum ich das getan habe und welchen Langzeithorizont ich hier eigentlich verfolge, umso entspannter bin ich eben, wenn ich auf den aktuellen Markt eben blicke. Danke. Also zusammenfassend kann man sagen, dass wir hier doch einige sehr spannende Stunden vor uns haben werden. Der Markt, der bereinigt sich ordentlich. Wir haben extrem viele Leverage-Positionen, die liquidiert werden. Und heute gibt es dann eben auch noch das FOMC-Meeting, das ebenfalls doch einiges an Schwankungen mit sich bringen kann. Je nachdem, wie die USA die Leitzinspolitik fortsetzen möchte. Wir sehen aber auf der anderen Seite eben auch sehr, sehr viele positive Positionen. Vor allem, wenn es um den Zeitfaktor 12 bis 18 Monate von jetzt an eben geht. Der Langzeithorizont scheint sich erst einmal zu bestätigen. Wobei wir uns dabei natürlich erst einmal gedulden müssen und gucken müssen, was so in der nächsten Zeit vor uns steht. Ich persönlich bleibe positiv und werde dich selbstverständlich täglich mit den Informationen hier begleiten. Wenn du mich am Ende des Videos noch unterstützen möchtest, dann schau unbedingt mal unten in die Videobeschreibung. Dort findest du nämlich unter anderem wie angesprochen Ex oder auch meine Telegram-Gruppe. Falls du nämlich unsicher bist oder irgendwelche Fragen haben solltest, dann solltest du dieser kostenlosen Gruppe beitreten, um dich mit verschiedenen anderen Enthusiasten austauschen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Ich hoffe, du kannst diesen Feiertag trotzdem genießen mit deinen Liebsten. Und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.